Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest gemütlich einrichten anzunehmen bei einer Thanos Best-Wufer in Iwagades und an dieser Position Nehmt die Quest gleich mal an. Ich darf mich nun hier nach unten begeben. Oh, das ist tief. Okay, es ging. So, bin jetzt im Questgebiet, darf hier Segeltuchballen und Kettenstücke sammeln. Segeltuchballen sehen so aus, diese lila Teile. Erstmal Mobs natürlich wieder töten. So, zwei Segeltücher habe ich schon. Die Kettenstücke sind zum Beispiel hier an den Booten angeklettert. Eins von sieben. Da sehe ich auch schon eins, beziehungsweise da sehe ich noch eins. Da glaube ich, gibt es keine mehr. Hier sind wieder Tücher. Ah, in den Kisten hier sind auch Ketten. Sehr schön. Bild von sieben. Nochmal eine Kette. Hier sind die Mobs, die getötet werden wollen. Oh. 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 Wir wissen nichts, was ich gebrauchen könnte. Da laufe ich einfach übers Wasser. Natürlich habe ich jetzt Mobs getötet. Jo, dann töte ich durch. Ne, du. Wo fänge ich jetzt? Okay, jetzt glaube ich, werde ich getötet. Nein. Puh. Knapp. Ja, klar. Noch mehr. So. Dann loote ich aber die Kette hier. 6 von 7. Komm ich da durch? Ich glaube, da kommt man durch, aber ja. Ansonsten außen rumlaufen, wie man sieht, sind da auch noch Mobs. Ganz viele Mobs. Und noch ein Tuch. Noch eine Kette. Okay. Und dann ist die Quest bereit zur Abgabe. Ach was soll's. Ach was soll's. Ja. Ich bin auch schon gleich da. So. Quest ist abzugeben. bei Nathanos Best Rufa in Diva Gardesund in dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.